Ja, einen wunderschönen guten Tag hier bei D-Ray Rally Overhauled in der komischen Aufnahmewoche, meine Damen und Herren. Ja, welcome back. Es ist Freitag, es ist kurz vor Wochenende, hoch die Hände, Wochenende, wenn ihr das anschaut. Ihr habt Wochenende, ich noch nicht, wenn ihr das gerade seht, bin ich gerade in, es kommt um 20 Uhr, bin ich in Rosenheim. Also wenn euch das gerade abends, jetzt gerade anguckt, Punkt 20 Uhr, dann bin ich gerade in Rosenheim und mache Pause. Ja, was soll ich sagen, ich tue gerade irgendwie Kaffee oder irgend sowas trinken. Ich weiß es noch nicht, weil ich bin noch arbeitend. Ist ja auch egal. Es ist Freitag, Freunde. Ich habe schon viel geleistet an dem heutigen Tag. Ja, ich war schon feiertagsmäßig einkaufen, weil bedenkt, morgen ist der 1. Mai, da ist Feiertag. Ja, es ist Samstag, aber Feiertag. Viele wussten es nicht, weil ich wollte eigentlich auch morgen einkaufen gehen. Ich habe zu meiner Rüger-Büro-Büro gesagt, hey, wir gehen einkaufen. Und dann hat sie gesagt, hey, du Idiot, morgens Feiertag bist du, hey, geil. So, ähm, was war jetzt der Plan? Ich habe es schon wieder vergessen, ist schon wieder ein Tag, ja. Ach ja, äh, E9 zuerst war es, glaube ich, in einem D4, ja, das müsste der dann anbieten. Das ist dann ein E9 sein, das ist dann der Auftrag von 18. Alles klar. Anbietation, 18. Okay, back, switch. So, natürlich starten wir hier wieder von vorne. Ähm, ähm, was wollte ich jetzt noch? Ja, es ist Freitag. Glückwunsch, Woche ist zu Ende. Gott sei Dank, diese Kackwoche ist endlich vorbei. Boah, also diese Schicht, die, so. 9.50 bis 20.16, die schlaucht dermaßen, ich weiß nicht warum, aber egal. Ich will euch nicht belasten mit meinen Sorgen, weil ihr habt genauso viele Sorgen wie ich. Aber ich erzähle sie jetzt euch einfach, weil... Ah, schön. Aber ich habe nie gedacht, ohne Scheiß, was ist denn das hier hinten an meinem Arsch? Ach, mein Pulli. Kennt ihr das? Habt ihr auch an eurem Computertisch oder im Schlafzimmer oder wochen, weil ihr... Es habt immer Klamotten auf dem Schreibtischstuhl liegen. Das ist irgendwie... Ja, so ein Ding, was so traditionell ist. Auf dem Schreibtischstuhl liegt irgendwas. Also bei mir zumindest. Ich weiß nicht warum. Aber es ist einfach so. Dann können wir jetzt leider Audits zu melden. Ja, schön. Ja, wie gesagt, ich war ja schon einkaufen und ich hatte nie gedacht, dass früh so um 7.30 Uhr... Boah, schön. Ich hatte nie gedacht, dass um 7.30 Uhr schon so viel los ist auf der Straße. Also bei meinem Einkaufen. Anführungszeichen viel los. Das Klauland ist ja recht überschaubar, sage ich jetzt mal. Ist er schon groß. Und von dem her, ja... Für die Größe war schon viel los, muss ich sagen. Für die Größe war, muss ich echt sagen, war schon viel los. Für diese Verhältnisse. Früh so um 7.15 Uhr war ich da. Ja, ich war ja wieder so nett und habe meine Mitbewohnerin zur Arbeit gefahren. Und habe dann wieder meinen umweltbewussten Kaffee-Docor-Böcher geklickt. Ich hätte mir vielleicht mal angewöhnt, meinen eigenen mitzunehmen. Wäre auch die Idee, dann bleibt er auch länger warm. Weil ich kippe immer so ein Viertel immer weg, weil... Obwohl, ich muss sagen, der Kaffee hat lange warm gehalten. Nach dem Kaufland einkaufen war der Kaffee immer noch leicht warm. Man konnte ihn trinken. Aber, na ja. Was soll man machen? Was soll man machen? Es ist einfach so. Ja? Es ist so, wie es ist. Aber ich habe einen gekauft. Ich bin gerüstet für den Feiertag, damit ich am Montag gleich wieder einkaufen gehen kann. Das ist halt immer so. Aber ich habe alles gekriegt. Alles bekommen. Naja. Wieso, Freunde, danach? So. Wochenende steht ja vor der Tür. Ich habe nur vorgenommen, ich werde in meinem Auto endlich die heißbegeahnten Sommerreifen draufziehen. Ja. Ich werde es nochmal wieder sauber machen. Weil ich war ja in der Waschanlage mit meinem Auto. Wahnsinn. Ich habe es mir mal gegönnt. Royal. Eine royale Wäsche habe ich mir gegönnt. Mit Nano und Unterbodenwäsche und Felgenwäsche und mein Lieberes. Aber ich bin immer noch hellauf begeistert von meiner Waschstraße, weil... Du stehst auf dem Fließband und du hast mich diese komische Brücke dran. Aber es kommt mir gerade vor, dass ich das schon mal erzählt hätte. Ich weiß es nicht. Mal, falls ich es schon mal erzählt hätte, dann hör einfach weg. Aber falls du es noch nicht gehört hast, dann hör halt zu. Nee. Ich bin bei meiner Lieblings... Äh... ...Waschentage... ...gewesen. Weil erstens kann man nach dem Waschen umsonst Staub saugen. Das ist schon mal was, weil bei den anderen musst du alles immer 50 Cent nachwerfen. Und ja, du hast gerade einen Sitz gewaschen und hast du schon wieder nachzweigen. Nach... äh... ...nachzweigen. Ja, das ist halt auch immer nicht so schön. Aber naja, was soll man machen? Es ist einfach so. Ja, und dann war ich halt dort. Hab kein Waschenball wegen hier. Weil Fließband, stellst du ein Auto drauf. Du hast nicht diese komischen Buppel und diese komischen Rillen. Und... Ach, das ist nicht was. Du wirst schon, was ich meine. Ja, die mag ich halt nicht so sehr. Ja, hab ich dann gewaschen. Und drei Tage später sah das Auto aus. Schon wieder aus wie Scheiße, weil der Sahara-Sand da war. Oh, ich hätte ganz... Nachdem ihr so... Wozu habe ich jetzt seit 16 Euro was geworfen? 16... Ne, 20 Euro waren es. Die sind auch teurer geworden, die Schweine. 20 Euro, die Wäsche. Aber für das Geld nicht, bitte. Da gebe ich gerne mal 20 Euro aus. Das Auto ist sauber. Das Auto ist trocken danach. Du hast kaum Wasserflecken drauf. Nur in bestimmten Stellen so Spiegel und sowas. Aber es ist halt von Autotyp zu Autotyp unterschiedlich. Wie da außen Spiegel und so... Ähm... Ist, wisst ihr? Und... Ja, ich bin happy bei der. Ich muss zwar ewig weit fahren. Also ich komme auf die 20 Euro mindestens nur 5, 6 Euro Spritgeld drauf. Weil... Am anderen Ende von München leider. Aber hey... Für sein Auto tut man doch alles. Oder nicht. Ja, also... Also darum gehe ich morgen zu Papst. Ich sage, Papst, hier... Ich habe mal Reifen. Hol mal aus deiner Garage. Ich mache dran. Du machst dein Auto sauber. Danach mache ich mein Auto sauber. Du machst deine dran. Meine Schwester hat sich auch angekündigt, was ich gehört habe. Also... Zwölf Reifen werden morgen gewechselt. Schön. Ich freue mich drauf. Der ganze Samstag Nachmittag wieder komplett verplanen. Schön. Brust darauf eine Spiezi. Ein Köstlitsch. Nein. Was soll's. Es ist einfach so, wie es ist. Muss ja auch gemacht werden. Aber ich habe irgendwie so das dumpfe Gefühl, ich brauche neue Winterhäuser. Ich glaube, so langsam nach vier Jahren ist das Profil immer runter. Ich fahre jetzt auch nicht viel, um Gottes Willen. Das heißt, ich bin jetzt nicht so ein großer Fahrer im Jahr. Was habe ich jetzt runter seit dem... Wie viele Kilometer bin ich gefahren seit dem ersten Jahr? Weil ich das mal wissen wollte. Ich habe jetzt extra mal so eingestellt, dass ich mal wissen wollte, wie viele Kilometer ich jetzt in einem Jahr fahre. Ich glaube, ich bin jetzt bei 3000, 4000 Kilometer. Das geht eigentlich. Auf die München fahre ich jetzt nicht so viel. Wie gesagt, ich fahre. Wenn ich auf Arbeit fahre, fahre ich alles öffentlich. Bis auf zwei Schichten im Moment. Wie ein bisschen ein leidiges Thema hat die Scheiß-U-Bahn ja in den letzten zwei U-Bahn gestrichen. Aber hey, bist du verkraftet. Ach ja, so ist das halt. So, hinten ist noch alles dran, oder? Sehr schön. Heute wieder mal die volle Kesselwagen-Ladung her. Ja, was steht da nächste Woche an hier bei D-Revally? Ich weiß es noch nicht. Vielleicht bauen wir am Montag hier mal einen großen Zug mal wieder zusammen. Fahren wir aus dem Hafen mal wieder raus. Vielleicht haben wir mal wieder da. Weil ich kann mal den Schmarrn hier, den wir hier gerade transportieren, auch sehr sinnvoll gleich entladen und wieder irgendwo hinstellen. Mit ein oder zwei Drop-Offs. Mal gucken. Weil wir müssen, glaube ich, wieder ein bisschen Kohle schöffeln, falls mal wieder was passiert. Nein, die Mille haben wir fast wieder voll. Die Mille haben wir ja fast wieder voll. Dann geht's ja. Dann ist es ja acceptable. Oh, shit. Immer wieder schön. Neue Skins muss ich mir auf jeden Fall besorgen nächste Woche. Oh, geht das schon wieder los? Ich habe schon wieder den Einsatz von Fuhran. Ich habe vergessen zu paaren. Ja, ansonsten keine Ahnung, was da nicht so auch hier ansteht. Versuchen wir mal wieder ein bisschen den Hafen zu vermeiden und so. Na ja, schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Der Hafen ist immer unser Ziel und ein Bahnhof. Egal wann, egal die, egal wo. Der Hafen, der ist es. Na ja, was soll's. So, Freunde. Jetzt kommen wir wieder zum Highlight dieser ganz großen Folge. Es ist wieder Zeit für T-Rail Rallye Tagebuch-Eintrag Nummer 3. Liebes T-Rail-Tagebuch. Die Woche neigt sich jetzt zum Ende zu. Ich habe heute noch meine Assi-Schicht. Ich bin heute gefühlt nur S-Bahn-Fahrer. Ja, ich habe wieder meine Lieblings-Tour gebucht. Ich freue mich drauf. Ah, schön. Halten, anfahren, halten, anfahren, halten, anfahren. Das bis kurz vor 19 Uhr und dann geht's Richtung... Bis kurz vor 20 Uhr, Entschuldigung. Und dann geht's wieder zurück in Richtung Heimat. Ich muss kurz bremsen. So. Dann geht's wieder in Richtung nach Hause. Und natürlich fahren wir dann auch Bummelbahn. Liebes T-Rail Rallye Tagebuch. Ich sage dir, die Woche war sehr anstrengend. Sehr, sehr anstrengend. Also, es hat sich schon echt gezogen. Die Woche hat echt bescheiden angefangen. Ja, hat sich jetzt doch zum Besseren gewendet. Wir gucken mal, was heute ansteht. Der Notarzeinsatz im Gleis am Montag hat mir mal von fast 11 Stunden Schicht eine 12 Stunden und 5 Minuten Schicht verursacht. Die Dienstag der Feuerbrand, was ihr ja gesehen habt, die Sonne gefackelt hat, hat mir dagegen zwei Stunden weniger eingebracht. Und der Mittwoch. Ja, der Donnerstag, nee, der Donnerstag war echt angenehm. Donnerstag, Mittwoch war hingegen sehr entspannt. Nichts los gewesen. Es ist alles nach Plan verlaufen. Von dem her. Man kann sagen, die Woche hat sich gut gemeistert. In diesem Sinne, mein lieber Steel Rally, Tagebuch. Somit schließe ich dieses Buch für diese Woche, diesen Eintrag. Und freue mich schon auf nächste Woche, wenn ich dann wieder berichten kann. Ab Mittwoch denke ich mal wieder, weil dann habe ich zwei Tage gearbeitet. Werde ich dann wieder dich füllen mit dem nächsten Tagebucheintrag. Ja. Lass es dir gut gehen. Genieße dein Wochenende. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Mein liebes Steel Rally, Tagebuch. Ah, der hat doch einen Schuss weg. Ach echt? Das wird doch gar nicht aufgefallen. Ja, Freunde. Schreibt ihr eigentlich auch noch so Tagebuche oder irgend sowas? Ich habe mir mal neben, ehrlich gesagt, noch einen Tagebucheintrag geschrieben. Keine Ahnung. Weil ich fand das früher als Junge immer so ein bisschen mädchenhaft. Gut, heute macht ja jeder zweite mittlerweile Podcast. Also, keine Ahnung. Es geht von jedem, von jeder Sache gibt es einen Podcast. Soll ich auch Podcasts machen? Ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber besteht Interesse an Podcasts? Ich weiß gar nicht, worüber reden. Und ich habe schon mit dem Kumpel mal gesagt, du, wir machen mal einen Podcast ASMR. Wollen wir mal wieder mal so ein paar Geräusche mal einbauen. Doch, aber was, ja. Es gibt ja YouTube ASMR-YouTube-Videos. Es gibt auch ASMR-FSK-18-Filme. Die sind echt gruselig. Ich habe mir mal einen angetan. Da ging nichts in der Hose. Ja, ist so, Entschuldigung. Man ist ja auch mal neugierig, ja. Es gibt ja von allen und jemals alles, ja. Da habe ich mir das auch mal angetan. Da hat sich nichts geregt. Ich fand es eher gruselig. Na ja. Jeder hat so seine Vorlieben, um Gottes Willen. Also, wer drauf steht, bitte. Das ist nicht so mein Fall. Ah, ja. Aber so Podcasts, ich weiß nicht. Ich kann mit Podcasts nichts anfangen. Ich habe mir noch nie... Ich bin nicht, ich habe mir noch nie einen Podcast angehört. Bin ich aufwunden, ja. Aber ich gehe jetzt nicht jeden Trend mit, ja. Nächste Woche startet. Reaction-Videos. Ah ne, der Trend ist ja vorbei. Ich habe mir aber noch nie wirklich ein Reaction-Video angeguckt. Keine Ahnung. Ah, ja. Was soll's. So, Freunde. Da ist er ja wieder. Unser heiß geliebter Hafen. Jetzt beginnt gleich ein bisschen hier das Rumrangieren. Wir liefern ab auf I9. Und fahren. Und... Ähm, ähm... Ja, fahren nach D4. Würde ich sagen. Das ist der Plan. Und diesen Plan setzen wir auch um. Wie gesagt, das Problem an D4 ist, dass es hinten in der Ecke ist. Wenn es geht gewesen wäre, wäre es einfacher gewesen. Aber leider ist es da hinten in der Ecke. Was wiederum wieder schwierig wird, weil wir umsetzen müssen, um dann rückwärts reinzufahren. Ja. Ihr habt das verstanden. Ich habe es auch verstanden. Ist sehr gut. So muss das sein, wa? Ach, ja. Schön. Ah, es ist schön. Hier immer noch so ein Bugfix. Bug, 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 bug. Ich bin heute etwas hyperaktiv. Das fällt nicht auf, oder? Nein, gut. Ich bin irgendwie hyperaktiv. Das Einkaufen tat mir vielleicht nicht gut. Es war wieder schon zu viel Action am Frühmorgang. Wenn ich daran denke, dass die Geschichte heute echt ätzend wird. Aber hey. Zukunftszuschauer. Wenn du das in der Zukunft gesehen hast, wann auch immer. Der Tag war echt kacke, weil es echt anstrengend war. Hehehe. Ich rede schon mit Zukunftsleuten. Oh Gott. Ich bin schon echt verloren. Naja. So, Freunde. Wir kommen langsam zum Ende. Hier. Uh, 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 uh. Naja, läuft. Da steht ja noch unser Wagen. Habe ich den zuletzt eigentlich mal benutzt? Oh, schon lange, lange her. Naja. Steht da halt darum. Einsam und verlassen. Oder wir fahren nächste Woche mal mit so kleinen Luchs mal wieder. Ja. Und der Töftöft. Oh. Das wäre. Das nehme ich mal an. Nächste Woche. Wir werden hier mal die drei großen mal zwischenparken. Und dann werden wir mal hier so zwei, drei kleine nehmen. Dann werden wir mal mit so ein, zwei Aufträgen fahren. Mehr schaffen die ja leider nicht. Das machen wir mal an. Das machen wir mal an. Dann muss ich mir da mal irgendwo aufschreiben. So, vergesse ich das nächste Woche. Hä? Sieht der Zettel wichtig aus? Sammlung, Spiele, was? Ja, sieht wichtig aus. Ich habe was gefunden. Also. Schreibe ich gleich auf. Moment. Wenn ich die Folge beendet habe. Also mal kurz Platz schaffen. 2 bis 3 mal KL-Lock. Jetzt habe ich Bestimmtes verpasst. Ja, aber klar. Ich bin so hyperaktiv gewesen, Freunde. Tut mir leid. Mal kurz zurückdrücken. Mal kurz zurückdrücken. Wo ist mein Schild? Da. Und wo? Hier ist E9. So. War das auch schon geschafft? Halt. Ah, das war zu schnell. So, schon mal umgepaart. Ah, das ist immer so das Nervige beim Regieren. Diese langen, weiten Wege, die gehen mir ja sowas von auf. Ich sag. Ah. Wir zerpowern hier mal. Entschuldigung. Da wird ja nicht das Luft raus. Ich bekomme gleich eine Lieferkauf. So, währenddessen er da, jetzt halt hier. Boah. Gerade so. Oh, einmal Bonus haben wir bekommen. Läuft es nicht so. Schön, dass man die Musik hier auch noch hört. Super. Super. So. So. So, dann schauen wir mal. Äh, 56. Mal, in der Mitte muss das sein. 56. 56. 56. Ich glaube, hier ist Ende. Ah, 56. 91. Du müsstest dann der Letzte sein. 721 ist der Letzte. Ja. So, wir machen hier wieder ein bisschen Luft raus, weil, ähm, sonst, wenn ich hier drauf bumse, fahren wir die Wagen weg. Und das wollen wir nicht. Oh, er hat Bumse gesagt. Ach, du Scheiße. Bann. Bann. So, Bonuszahlung ist hier auch bei dem Auftrag leider weg. Aber hey, Freunde. Das macht nichts. Das macht einfach nichts. Lob zu mir. Ja, Freunde. Also, ich habe mir aufgeschrieben, zwei bis drei Mal kleine Loks. Und ungefähr 1500 können wir ziehen. Das sollte klappen. Wenn ich dann Humorzeit noch mit vierte, den werde ich nächste Woche in Angriff nehmen. Und, ja. Stimmt, tschüss. Stich jetzt gleich hier auf die somische Gitarre. Cool. Nehme mal die kleine mit. Da brauche ich noch ein paar Skins. Wahrscheinlich nur kurz. Skins. Plus. Mod. Checken. Habe ich. Gut. Sonst vergesse ich das wieder. Ich bin so ein Lokführer, wisst ihr? Ich vergesse immer alles. Dann für nächste Woche. Was hatte ich noch? F1 aufnehmen. Ganz wichtig, weil am 16. Juli kommt das neue Formel 1 raus. Das möchte ich unbedingt gerne gleich mit euch spielen. Und bis dahin möchte ich halt das andere durchhaben. Zumindest die Saison abschließen. Das heißt, ich muss am Wochenende zwei Folgen raus. Zweimal rein raus klatschen. Sonst ja kommt Sonntag. Ja, und falls ihr gerne jetzt Formel 1 geguckt habt, sei mir bitte nicht böse, aber die letzten Wochen kam jetzt gerade mal nichts raus, weil ich habe die letzten Wochen immer mit einem Kumpel gespielt und dann war um wieder Elan weg, selber zu spielen. Keine Ahnung, warum. Äh, ich muss nach D4. Äh, die, 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 die. Ist links rum. Dann war es. Dann haben wir ja auch gleich das geschafft. Ja? Eine Folge am Freitag haben wir alles geschafft. Von Central bis zum Hafen. Beides wegrangiert. Wahnsinn. Oh, du bist so toll. Ja, ich weiß. Ich bin halt der Beste vom Besten. An mich kommt keiner ran. Hör auf, dich selber zu loben und zu lieben. Ah, ich will mich halt nur mal selber. Ah, ha, ha. Gott, was ist los mit mir heute? So, dann parken wir doch mal die Grütze hier. Dann schauen wir mal in nächster Woche. Vielleicht können wir hier ein, zwei von den, äh, vielleicht die Dinger entleeren. Damit wir den Kreislauf wieder beibehalten. Wenn ja, dann können wir auch die leeren Wagen wieder mitnehmen mit den kleinen Töftöft-Blocks. So, machen wir mal hier aus. Wir gehen ja in die Abstellung. So. So, alles in Grundstellung. Fett anlegen. Gut, passt. Feierabend. Oh, Gott, der Kollege ist nicht nächste Woche drum. Kümmern an dem Scheiß her. Ich mache jetzt Feierabend. Ich habe zwölf Stunden voll. Reicht für heute. Ah, Herrscher. Hab abgegeben, ne? Danke. Ich gehe jetzt nach Hause, ne? Oh, jetzt sieht es doch mal wieder voll aus. Hier, da haben wir es doch. Drei Drop-Offs. Drei Drop-Offs. Leck mir am Arsch. Nein, danke. Das kannst du selber machen. Das kannst du selber machen, mein Freund. Naja, was soll's. Freunde, das war's. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Hoch die Hände, Wochenende. Ja, ihr wisst es ja selber. Und für die Zukunftsschauer. Schönen nächsten Tag. Hm? Nee, nee, nee. Ah, du bist so ein Arsch. Ich weiß. In diesem Sinne. Haut rein, macht's gut. Euer Vögelche von VölkTV. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. 20 Uhr. Die Reveille. Und ich hoffe, du bist dabei. Und du, du, du und du und ich auch. In dem Sinne. Ciao. Macht's gut. Gut.